Die letzten Wahrheiten sind die einfachen Wahrheiten. In diesen ganzen Weisheitslehren steckt mehr Wissen drinnen, als wir heutzutage meinen. Heutzutage die wissenschaftlichen Dinge sind ja alle. Du findest heutzutage alles zu allem einen Gegenpol. Alles widerspricht sich. Die nächste Studie findet den nächsten Gegenpol. Die einen sagen, es ist keine Kohlenhydrate. Die anderen sagen, es ist nur Kohlenhydrate. Die anderen sagen, der Geist ist völlig unwichtig, wenn du dich gut ernährst, dann bist du fit. Andere sagen, nur der Geist ist ausschlaggebend, egal was du mit deinem Körper machst und so weiter. Man muss immer das Ganze sehen, denke ich. Alle Faktoren spielen eine Rolle. Alles ist verbunden. Alles ist eins im Endeffekt. Das, worauf es hinausläuft, alles ist eins. Dann kommt die Dualität. Dann die drei Dinge. Die Stabilität wiederbringen. Dann die vier Elemente. Und die Welt ist eben genauso aufgebaut wie in einem Computer. Du kannst in den technischen Sachen, in den Technologien, die wir heute haben, alles ablesen, was du auch eigentlich mit deinem Körper, mit deinem Geist machen könntest. Die ganzen Technologien sind einfach nur dieses Denken, was eigentlich sonst mit beiden Gehirnhälften bzw. über das Herz stattfinden sollte, nachvollzogen über die linke Gehirnhälfte, über die rechte Körperhälfte, über dieses technische, aktive, männliche, logische Denken. Und so kannst du auch alles nachvollziehen in der Welt. Aber viel einfacher und das Normale sollte sein mit der Einheit übers Herz zum Beispiel. Heutzutage nachgewiesen. Das Herz hat ein elektromagnetisches Feld, das 5000 Mal so stark ist wie das vom Gehirn. Früher Ägypter oder ich weiß jetzt, wer es auch immer für ein Volk war, dass die Pyramiden gebaut haben usw. Die haben das Herz im Grab gelassen, das Gehirn haben sie weggeschmissen, haben sie für nicht so wertvoll erachtet. Das Herz ist das, wonach man handeln sollte. Das Herz ist nach der Einheit. Es ist nicht polar aufgebaut wie das Gehirn. Wenn du aus dem Gehirn handelst, aus dem Kopf heraus, erzeugst du immer beides. Du erzeugst immer Krieg und Frieden. Wenn du nach dem Herzen handelst, nach der Einheit, nicht nach der Polarität eben, dann erzeugst du eine Welt voll Frieden und handelst auch nach diesem übergeordneten Prinzip. Wenn du aus deinem Kopf heraus Frieden produzieren willst, dann befindest du dich immer noch in der Dualität, in der Polarität und du wirst immer das Gegenteil mit erzeugen dann. Es geht darum, sich aus der Polarität rauszubegeben und in eine Einheit reinzubekommen vom Denken her. Und das schafft man nur durch tägliche Meditation, Geistesschulung, Bewegung und indem man sich den ganzen Müll, die ganzen Gifte, von denen man sonst umgeben ist, von denen einfach ein bisschen abschottet, weil man einfach nicht, du kannst nicht glücklich werden, wenn du dir jeden Tag negative Nachrichten und zwar im Übermaß anhörst, wenn du jeden Tag Radio, Fernsehen und so weiter, Mainstream-Medien hörst, dann kannst du nicht glücklich werden, weil du einfach jeden Tag einseitige Informationen bekommst. Du bekommst jeden Tag negative Sachen, Negativität in dich reingedrückt und einfach in einem Übermaß des Unnatürliches. Medien sind sehr einseitig, wird nur einseitig berichtet. Es wird nicht offen über Themen geredet, Sachen, die spekulativ sind, beziehungsweise Sachen, die eigentlich nicht mal spekulativ sind, die da sind. Es wird nicht offen darüber geredet. Es wird einseitige Meinung geschaffen. Und wenn man sich das Ganze jeden Tag anguckt, kann man nicht gesund werden. Man muss das einfach mal eine Zeit lang wegmachen, weglassen. Und ja, absolute Wahrheit sind die einfachen Dinge. Man muss nur wieder lernen, zu verstehen, wenn man in der Polarität verfangen wird, wird man irgendwo immer einen Kampf sehen. Du wirst immer dich an irgendwas stören. Wenn du es schaffst, daraus zu kommen und dich immer mehr in eine Richtung von der Einheit entwickelst, wirst du auch wieder ein Bewusstsein für eine Massenseele entwickeln, für die gesamte Menschheit. Und du wirst auch wieder in dieses Bewusstsein reinkommen, dass alles verbunden ist. Und dann wirst du auch nicht so handeln, dass du irgendwo deinen Müll wegschmeißt und so weiter. Sowas wird für dich nicht mehr passieren. Du wirst dir Gedanken über deine Handlungen machen. Du wirst Achtsamkeit, durch Achtsamkeit kommst du einfach dahin, achtsam zu leben. Also, schaltet die ganzen negativen Dinge mal eine Zeit lang aus und gelangt mal wieder bei euch selber an. Dann übernehmt Verantwortung für euch selber, für alles, was in eurer Welt, alles, was passiert. Krankheit, Gesundheit. Übernehmt einfach Verantwortung und schiebt die Verantwortung nicht auf andere. Dann hast du auch keine Chance, was zu ändern. Wenn du die Verantwortung auf Ärzte schiebst, wenn du die Verantwortung auf äußere Umstände schiebst, auf deine Freunde und so weiter, dann hast du keine Chance, dich selber zu heilen, ganz zu machen, gut und böse, Licht und Dunkel zu integrieren und dadurch zu einem Einheitsbewusstsein zu kommen. Peace.